Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kanzler Scholz, Deutschland hat begrenzten Einfluss auf China. Die Beziehungen zwischen Deutschland und China, Scholz erreicht wenig. Bundeskanzler Olaf Scholz hat kürzlich die deutsche Haltung gegenüber China klar und deutlich gemacht. Doch Experten bezweifeln, dass diese Strategie auf lange Sicht erfolgreich sein wird. Im Rahmen seiner ersten großen Rede als Bundeskanzler betonte Scholz die Bedeutung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China. Er versicherte, dass er sich für Menschenrechte einsetzen und gleichzeitig eine konstruktive Partnerschaft mit Peking aufrechterhalten will. Aber dieser ausbalancierte Ansatz lässt China-Experten ziemlich skeptisch bleiben. Laut ihnen greift die Strategie von Scholz zu kurz und ist nicht stark genug, um gegen die autoritäre Regierung in Peking effektiv vorzugehen. Scholz' Rhetorik ist schön und gut, aber er wird damit nicht weit kommen, sagt Dr. Sebastian Heilmann, Professor für Regierung und Politik in China an der Universität Trier. Das autoritäre Regime in China reagiert nicht auf diplomatische Botschaften des guten Willens, sondern nur auf konkrete Aktionen und harte Politik. Auch Dr. Angela Stanzel, Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations, äußert sich kritisch gegenüber dem Ansatz von Scholz. Es ist wichtig, dass Deutschland eine klare Position zu den Menschenrechten in China einnimmt, erklärt sie. Aber gleichzeitig muss es auch praktikable Wege finden, um eine konstruktive Beziehung zu Peking aufzubauen. Momentan sieht es so aus, als ob Scholz versucht, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, was auf Dauer nicht funktionieren wird. Es steht fest, die deutsch-chinesischen Beziehungen werden unter Scholz eine schwierige Gratwanderung zwischen Pragmatismus und Idealismus darstellen. Die Herausforderung wird darin bestehen, die aufstrebende Supermacht China nicht vor den Kopf zu stoßen, während man gleichzeitig die eigenen demokratischen Werte und Normen hochhält. Ob und wie dies gelingen kann, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Autorin Anita Farke, Dienstag, 16. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.